Mein Name ist Elisabeth Brandau und ich bin professionelle Mountainbikerin. Meine Reboots benutze ich schon seit fast über drei Jahren und für mich ist es einfach auch so nach einem stressigen Tag, dass ich einfach die Beine auch nochmal hochlege und nicht im Kopf runter komme. Das ist eigentlich auch ein Grund, dass ich mich hinlege. Du siehst es und du hast jetzt quasi einen Termin, wenn du zur Physio gehst und ich mache es halt ganz oft nach der Physio, dass einfach noch der Stoffwechsel, die Stoffwechselprodukte raus transportiert werden. Super gerne auch vor Wettkämpfen nochmal. Eigentlich fast nach jedem Training am liebsten, wenn ich es zeitlich schaffe. Das ist schon ein Punkt, was mir ganz viel hilft, weil ich nicht immer ein Physio dabei habe, auch nicht an den Wettkämpfen. Also es ersetzt einen Teil von manueller Therapie auch.